Hallo und herzlich willkommen, liebe Auto- und Aktienfreunde. Aktienfreunde, klar, es geht ums langfristig investieren, um an steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Autofreunde, weil diesmal geht es um die Automobilindustrie, um Daimler ganz speziell. Wir gucken uns an, ob Daimler ein langfristig erfolgversprechendes Investment ist. Warum tun wir das? Weil wir uns hier bewegen in der Bestseller-Challenge. Und da geht es darum, dass wir uns die Bestseller oder die am beliebtesten, am häufigsten anzutreffenden Aktien der Deutschen in den Depots vorknöpfen, eine nach der anderen und schauen, ob die Aktien ein langfristig erfolgversprechendes Investment sind. Und falls wir der Meinung sind, gemeinsam über Abstimmung, dass es so ist, dann nehmen wir die als Sparplan auf. Das muss ja nicht eine dieser Aktien sein, sondern ich will auch jeweils Alternativen vorstellen. Das heißt, wir können uns dann auch jeweils für eine Alternativaktie entscheiden, bzw. ein Alternativunternehmen, das in der gleichen Branche tätig ist. Und wir werden jetzt dann auch zur Ausformung haben, zu sagen, nee, ich sehe keines dieser Unternehmen als erfolgversprechend an. Und falls die Mehrheit sich dann dafür entscheidet, dann kommt eben keine Aktie in den Sparplan. Das heißt, wir werden so lange hier die Liste abarbeiten, bis wir zehn Sparpläne mindestens haben. Und ja, so lange gehen wir einfach durch die Liste durch. Zehn Sparpläne deshalb, weil das der Summe entspricht, die der Sponsor, die Konsorsbank, zur Verfügung gestellt hat, im Rahmen der Sparplanoffensive. Und danke an die Konsorsbank in diesem Zusammenhang. Die Sparplanoffensive wird auch von Homo Ökonomicus und Talabox ausgeführt. Die beiden investieren ebenfalls in Aktien, in Aktien direkt Homo Ökonomicus und Talabox macht das Ganze über ETF-Sparpläne. Und wir wollen eben zeigen, wie man langfristig in erfolgversprechende Aktien investieren kann, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Die beiden Kollegen sind, also zumindest Talabox ist hauptberuflich YouTuber, Homo Ökonomicus ist so ein Tausendster. Der ist auch im T-Shirt-Business und so weiter unterwegs. Und ich bin auch nur nebenberuflich YouTuber, hauptberuflich betreibe ich den Aktienfinder. Mein Name ist Thorsten Tiet und ich bin der Gründer und Betreiber der Seite aktienfinder.net. Hier geht es ins langfristige Investieren um Aktien, um eben von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und das Ganze bei mir nennt sich jetzt hier Bestseller-Challenge im Rahmen der Sparplanoffensive. Und wie gesagt, unser Ausgangspunkt sind die beliebtesten Aktien der Deutschen. Ganz anders das Starterdepot, was parallel auch noch läuft. Ich gehe mal kurz drauf. Hier haben wir auf der grünen Wiese angefangen, uns eine Anlagestrategie auszudenken. Und hier habe ich alles mit euch abgestimmt. Wir haben uns immer gemeinsam entschieden für jede einzelne Aktie. Wir haben jede einzelne Aktie analysiert, gemeinsam mit anderen Aktien. Das seht ihr hier. Es gibt mittlerweile 26 Teile. Und wenn du wissen möchtest, wie du ein Depot aufbauen kannst, was dann alles so passieren wird in unvorgesehenen Dingen, wie du die dann regeln kannst, dann schau dir einfach hier die Videofolge an. Am besten chronologisch von den Anfängen, wo wir die grobe Planung quasi zusammengezimmert haben, zusammen. Und dann die einzelnen Aktienanalysen, wo wir dann jedenfalls in der Abstimmung Sieger ausgewählt haben. Und ab und zu gab es dann auch Sondersendungen. Wo haben wir sie denn? Hier zum Beispiel das Leben der Börsencrash. Als die Börsenkurse ein bisschen eingebrochen sind. Mittlerweile haben wir schon 26 Teile. Und wir werden bald jetzt dann den 20. Sparplan, über den 20. Sparplan abstimmen. Und dann haben wir das Shutter Depot soweit auch voll. Und du siehst auch die kompletten aktuellen Bestände mit Gewinn und Verlust und die Gewichtung nach Branchen hier. Alles komplett transparent. Ähnlich, wie es auch in der Bestseller-Challenge sein wird. Aber die Bestseller-Challenge, würde ich sagen, die ist nicht so zum Nachmachen geeignet. Ich kann nicht garantieren, was für eine Diversifizierung nach Branchen, Ländern usw. da am Ende bei rauskommt. Da ist also der Lerneffekt, steht da also eindeutig hier im Vordergrund. Den haben wir auch beim Shutter Depot. Jaja. Gut. An der Stelle vielleicht den Disclaimer. Mein Name ist Thorsten Tiet. Das habe ich schon gesagt. Ach, was ich nicht gesagt habe, ist, mit Aktien kann man Geld verlieren. Insbesondere kurzfristig kann ich nicht sagen, wohin sich die Aktienkürze entwickeln werden. Ich habe keine Glaskugel und ich gebe keine Kaufempfehlung ab, wieder eigenverantwortlich mit dem Geld umgehen. Das Ganze als gute Unterhaltung sehen. Möglichst gewinnbringend, hoffe ich jedenfalls für dich. So. Und dann gehen wir mal zu den Aktienanalysen. Sind wir jetzt hier im Aktienfinder. Vielleicht noch ganz kurz hier, Startup-Paket. Wenn du ebenfalls von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren möchtest, dann bieten wir dir hier ein Startup-Paket an. Und da hast du zum einen einen Drucker deiner Wahl, selbstverständlich auch die Konsorsbank. Und eine kostenlose Vollmitgliedschaft im Aktienfinder über 90 Tage legen wir dir auch nochmal drauf. So. Jetzt aber zum Aktienfinder. Da habe ich schon einen kleinen Merkzettel eingerichtet. Und es geht jetzt hier schwerpunktmäßig um die Daimler-Aktie, weil Daimler ist eben Nummer 2 nach der Deutschen Telekom als beliebteste Aktie in den deutschen Depots. Und wenn du wissen möchtest, ob eine Aktie ein erfolgversprechendes Investment ist, dann schaust du dir am besten hier die langfristige Gewinnentwicklung an. Da siehst du definitiv, ob sie ein erfolgversprechendes Investment war. Und bei Daimler siehst du eben, dass die Gewinne sehr stark schwanken auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite siehst du, dass es keine stabil steigenden Gewinne gibt. Und hier in dem Zeitverlauf zwischen 2010 und 2017 sind die Gewinne mal schön gestiegen. Jetzt sind sie ja wieder eingebrochen. Was du halt auch siehst, ist, dass allgemein die Automobilindustrie sehr konjunktursensibel ist. In 2009 haben wir Verluste eingefahren. Das gleiche auch in 2001 und in 2003. Anfang des Jahrtausends hatten wir ja die geplatzte Dotcom-Bubble. Und dann siehst du das als zweites, dass die Dividendenentwicklung ebenfalls unzuverlässig ist, weil die Gewinnentwicklung unzuverlässig ist. Wir haben mehrere Dividendenkürzungen. In 2001, in 2009, in 2010 wurden die Dividenden komplett gestrichen. Und in 2019 haben wir jetzt die letzte Dividendenkürzung erfahren. Und das ist natürlich etwas unschön, das Ganze. Was am wichtigsten eigentlich ist, das ist, dass du bei einer solchen Gewinnentwicklung nicht von langfristigen Kursgewinnen ausgehen kannst. Und das ist einer der Renditetreiber überhaupt bei Aktien. Das siehst du hier, wenn wir uns jetzt hier die Kurse anzeigen und dann hier diese fairen Werte ausblenden. Und dann haben wir hier den Kursverlauf. Und da siehst du, dass du bei einer Anlagedauer von ungefähr 19 Jahren so nicht mal Gewinn gemacht hättest. Das ist also der aktuelle Kurs, der liegt bei knapp 44 Euro, 43,50 ungefähr. Und gekauft hättest du am 31.12.2000 für 44,74, also sogar noch einen leichten Kursverlust erfahren über eine so lange Anlagedauer. Trotzdem hättest du über das Jahr komplett in Summe 3,1% jährlich an Rendite gemacht, dank der Dividenden. Was ich dir jetzt aber auch nochmal zeigen möchte, ist, dass der Kursverlauf kein Zufallsprodukt ist, sondern direkt im Zusammenhang steht mit der Gewinnentwicklung. Du siehst im Prinzip, dass wenn die Gewinne nach oben gehen, dann geht tendenziell auch der Kurs nach oben. Und wenn die Gewinne einbrechen, dann geht auch der Kurs nach unten. Und was du auch siehst, das ist, dass die Kursentwicklung meistens der Gewinnentwicklung etwas vorausläuft. Das heißt, an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Und zum Beispiel hier während der Finanzkrise, die hat ihren Höhepunkt im Februar, März 2009 erreicht. Und da waren die Kurse ganz unten. Und danach war dann schon wieder Licht am Ende des Tunnels. Und dann haben sich die Kurse wieder erholt. Der Einbruch der Finanzkrise hat aber dann in den Bilanzen, also beim Gewinn des Unternehmens, seine Spuren für das gesamte Jahr 2009 hinterlassen. Und so wird jetzt hier grafisch so abgebildet, dass am Ende 2009 es dann ganz nach unten geht. Das heißt, der Vorlauf ist zum einen der Börse geschuldet, tatsächlich, weil die Gewinnentwicklung oder die Gewinnentwicklung vorausgenommen wird. Die Erwartungen sind eingepreist. Auf der anderen Seite haben wir ja hier auch grafisch, es ist auch ein bisschen grafisch verursacht. Hätten wir hier so ein Balkendiagramm, dann würde quasi der Verlust schon hier anfangen bis dahin. Aber das nur nebenbei. Das Wichtige zu merken ist einfach, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen der Gewinnentwicklung und dem Kursverlauf. Und dass eben die Gewinnentwicklung den Kursverlauf bestimmt. Und jetzt sehen wir ja hier, dass wir wieder jetzt zwei Jahre in Folge rückläufige Gewinne hatten. Und dass dann entsprechend auch wieder die Kurse eingebrochen bzw. rückläufig waren. Ja, und wie gesagt, du hättest trotzdem noch mit Daimler über diese gesamte Haltedauer hier eine Rendite erwirtschaftet von etwas über 3% dank der Dividenden. Das sieht man auch nochmal hier. Und zwar, wenn man sich die kumulierten Dividenden und Kursgewinne anzeigen lässt, dann siehst du Stand heute, angefangen 2,1 jetzt hier, dass die komplette Rendite aus den Dividenden gespeist wird. Und du siehst, dass die Kursgewinne hier mal erzielt werden, aber die verschwinden immer wieder. Die sind immer wieder weg. Und das Problem jetzt ist, das übergeordnete Problem ist, dass wenn du in solche Aktien investierst und solche Erfahrungen sammelst, dann denkst du irgendwann, dass du dich im Prinzip nur auf die Dividende verlassen kannst. Nach dem Motto, nur Bares ist Wahres und dass die Kursgewinne im Prinzip Schall und Rauch sind. Und das würde dann dazu führen, dass du bei der Aktienauswahl Aktien bevorzugst, die eben eine hohe Dividendenrendite ausschütten. Also eine hohe Dividende ausschütten, die eine hohe Dividendenrendite haben. Und damit setzt du dann systematisch eigentlich auf das falsche Pferd. Weil du dann nicht auf Unternehmen setzt, die stabil steigende Unternehmensgewinne haben, sondern weil du auf Unternehmen setzt, wie Daimler eben, die halt eine hohe Dividendenrendite haben, weil der Markt das Unternehmen eben niedrig bewertet, eben weil diese Unternehmen kein stabiles Gewinnwachstum aufweisen können. Und dann wirst du halt eine andere Performance haben. Und hier sind wir auf TradingView.com und da siehst du jetzt nochmal die Kursentwicklung der Daimler Aktie hier, also seit Ende 2000 im Vergleich zum DAX, zum KursDAX. Also das heißt, hier ist alles ohne Dividende und da siehst du dann halt, dass wir hier bei Daimler diesen leichten Kursverlust haben und dass wir hier beim DAX in der Zwischenzeit eine Entwicklung haben von 88%. Und das holst du halt über Dividenden auch nicht mehr raus. Und sowas ist eben schade. Und besser wäre es halt, wenn du in ein Unternehmen mit langfristig steigenden Unternehmensgewinnen investierst. So viel zu Daimler im Speziellen. Und dann möchte ich auch noch was zur Automobilbranche insgesamt, also meine Einschätzung, zum Besten geben. Und die Automobilbranche sieht sich einigen Herausforderungen gegenüber. Und zwar gibt es jetzt erstmal zwei Stichworte. Das eine ist Elektrifizierung, das andere ist Digitalisierung. Elektrifizierung, und was ich jetzt sage, betrifft insbesondere hier in der Liste BMW, Daimler und Volkswagen, dass die das als Herausforderung haben und dass die beispielsweise Tesla hier hinterherhächeln. Elektrifizierung ist klar, es gab den Verbrennungsmotor, der über 100 Jahre der Hauptantrieb von Automobilen gewesen ist. Und er wird jetzt immer wahrscheinlicher abgelöst werden vom Elektromotor. Und das ist eine ganze Weile lang belächelt worden. Mittlerweile wird es auch von den großen Automobilherstellern nicht mehr belächelt. Beispielsweise investiert jetzt Volkswagen, ich habe es mir hier irgendwo aufgeschrieben, 30 Milliarden Euro in der Elektrifizierung bis 2024. Und möchte 50 E-Modelle bis 2025 auf dem Markt haben. BMW beispielsweise will es auf 35 E-Modelle bringen, bis 2023 bereits. Also hier ist eine Aufruhrjagd im Gange gegen Tesla oder BID, ist also auch relativ weit vorne aus China. Das ist eine Herausforderung. Andere Herausforderung ist die Digitalisierung. Da ist insbesondere das autonome Fahren ein großes Thema. Beispielsweise aber auch Entertainment. Klar, wenn man die Hände nicht mehr am Steuer haben muss, dann kann man dabei auch Netflix gucken beim Autofahren und Co. Und da habe ich mir auch was aufgeschrieben, was zeigt, wie weit hinten die eigentlich dran sind bei der Verfolgungsjagd auf Tesla und Co. Aus dem Quartalsbericht 2, 2019, da steht, Time Daimler und die BMW Group wollen gemeinsam die nächste Technologiegeneration für Fahrassistenzsysteme und automatisiertes Fahren auf Autobahnen sowie automatisierte Parkfunktionen entwickeln. Ab dem Jahr 2024 sollen entsprechende Systeme in PKW für Privatkunden verfügbar sein, ab 2024. Und wenn du einfach nur auf Wikipedia guckst bezüglich Tesla steht da, seit Oktober 2016, also nicht in vier Jahren, sondern vor knapp vier Jahren, werden alle Tesla-Fahrzeuge mit einer Hardware ausgeliefert. Dies erlaubt die Fahrzeuge zukünftig vollautonom zu fahren. Und was zukünftig angeht, man sieht ja, auch wenn man kein Tesla-Fahrer ist, ich bin noch nie in einem Tesla gesessen, leider muss ich sagen, dann kriegt man ja aus den Nachrichten mit, wenn mal ein Unfall passiert in einem Tesla-Auto, weil der Fahrer eben nicht die Hand am Steuer gehabt hat, also man sieht, dass es schon funktioniert, dann kriegt es einfach mit. Und diese Tesla-Hardware, die ist sogar fortgeschrittener als das, was Daimler und BMW machen wollen, weil die haben bereits die Hardware verbaut für das sogenannte SAE Level 5 und bei Daimler und BMW ist es das SAE Level 4. Das heißt, die Fahrassistenzsysteme sind da nicht so weit ausgereift, wie das dann jetzt bei Tesla beispielsweise der Fall ist. Das zeigt halt, wie weit voraus oder was für eine weite Wegstrecke noch die anderen großen Spieler jetzt erstmal zurücklegen müssen, wie weit die Aufholjagd quasi ist. Und das Ganze wird natürlich auch kostspielig und der Ausgang ist ungewiss. Eine weitere Belastung, die ich sehe für den Automobil, insbesondere für die klassischen Automobilhersteller, das ist, dass der Status des Automobils mittlerweile ein bisschen angekratzt ist. Das Auto ist ja lange Zeit im Prinzip ein reines Statussymbol gewesen. Mittlerweile wird das Autofahren so ein bisschen als Umweltsünde wahrgenommen, insbesondere mit Verbrennungsmotor. Das Ganze, diese Wahrnehmung ist eingebettet in die Klimahysterie, in die Klimawahrnehmung insgesamt, die dann auch mündet in Friday for Future und so weiter, Kreta und was weiß ich. Und das ist nach meiner Sicht auch eine Belastung für die Automobilindustrie. Äußert sich ja dann auch darin, dass wir Fahrverbotszonen haben in den Innenstädten, wo dann auch wieder Dieselautomobile leiden. Ist natürlich auch teilweise selbst verursacht durch Betrügereien auf Prüfständen. Stichwort Abgasskandal, der wiederum ja auch Geld kostet, also nicht nur Image-Schaden, der kostet ja auch Geld. Daimlap jetzt gelesen, das Kraftfahrt hat jetzt auf Klage des Kraftfahrtbundesamtes 840 Millionen, müssen die jetzt bezahlen an Schadenersatzforderungen. Dafür, dass die ja ebenfalls an Betrügereien beteiligt waren. Das Ganze hat natürlich auch internationale Ausmaße, kostet auch international Geld durch Schadenersatzforderungen, durch Rückrufaktionen, durch Image-Schäden und so weiter. Das heißt, die ganze Automobilindustrie, die hat schon einige Nüsse zu knacken momentan. Und dann haben wir natürlich noch den Handelsstreit und so weiter, was dazu führen kann, dass wir den nächsten Konjunkturabschwung sehen werden. Und da diese Unternehmen ja zykliger sind, würde das bedeuten, dass die nachlassenden Gewinne weiter nachlassen, dass wir vielleicht sogar wieder in die Flusszone kommen, mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Aktienkurse. Das heißt, ich sehe das momentan eher skeptisch, beziehungsweise ich sehe die Automobilindustrie als für ein langfristiges, erfolgversprechendes Investment eher etwas skeptisch. Ich möchte jetzt gar nicht die anderen durchgehen, also BMW und Volkswagen, die schlagen sich etwas besser bei der langfristigen Rendite. Ich habe es mir angeschaut, auch bei der langfristigen Gewinnentwicklung. Deshalb schlagen sie sich ja besser. Du siehst hier oben auch dann die Kennzahlen. Und da siehst du das Ganze dann auch, also die höchste Stabilität beim Gewinn hat BMW. Volkswagen ist relativ niedrig. Ich kann es auch mal zeigen jetzt, warum. Da ist der Gewinn also entsprechend stark, da schwankt der Gewinn sehr stark. Und da ging ja in 2011 hoch und in 2015 haben wir dann auch im Rahmen des Abgasskandals Verluste geschrieben. Und da wurde ja dann auch die Dividende ganz stark gekürzt. Nichtsdestotrotz hast du mit Volkswagen eine bessere Gesamtrendete erzielt als mit BMW. Bezogen auf die letzten Jahre hier, bezogen auf die komplette längerfristige Haltedauer von 2002 jetzt angesehen. Ist aber auch nachvollziehbar, weil einfach wenn du die Gewinne miteinander vergleichst, dann liegen die aktuellen Gewinne eben deutlich über den Gewinn, die im Jahr 2002 erzielt worden sind. Nichtsdestotrotz sollte es wieder zu einem Gewinneinbruch kommen, dann sind sie halt wieder weg. Das ist halt so typisch Automobilindustrie. Was ich auch mal noch kurz zeigen wollte, weil ich es interessant finde. Deshalb habe ich auch Tesla hier mal reingenommen. Das ist die Marktkapitalisierung. Tesla hat eine Marktkapitalisierung, die liegt in der Größenordnung von BMW. BMW und Daimler, die liegen alle so um die 40 Milliarden plus minus. Also Tesla 40,2 Milliarden, BMW 40,5 Milliarden. Daimler noch etwas drüber, 46,8 Milliarden. Tesla war aber auch schon mal deutlich drüber, als der Aktienkurs eben höher stand als heute. Was siehst du? Wie hoch Tesla bewertet wird. Und das Ganze kann es dann nochmal ins Verhältnis setzen zu den Automobilen, die produziert werden. Daimler hat 2,4 Millionen PKWs verkauft im Jahr 2018. Und ich weiß nicht genau, wie viele es bei Tesla waren. Die haben jetzt im letzten Quartal knapp 100.000 losgekriegt. Das heißt irgendwas, ich schätze mal um die 300.000 Autos werden sie verkauft haben. Und wie gesagt, dem stehen bei Daimler gegenüber 2,4 Millionen. Und ja, ist schon ein großer Unterschied. Und nichtsdestotrotz, der Markt bewertet die Unternehmen annähernd gleich. Das zeigt halt auch die Zukunftserwartungen, die hohen Erwartungen, die in Tesla eingepreist sind. Und die sich unter anderem halt in der Technologieführerschaft äußern. Ja, gut. Da würde ich einfach mal sagen, stimmen wir mal ab, welche der Aktien wir als ein erfolgversprechendes oder das erfolgversprechendste Investment sehen. Zur Auswahl stehen BMW, Daimler und Volkswagen. Und dann gibt es noch eine andere Auswahl, nämlich keines. Und dann würden wir einfach keine dieser Aktien als Sparplan aufnehmen. Und die Liste einfach weiter abarbeiten im Rahmen der Bestseller-Challenge. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.